Mit diesem Video wollen wir jetzt Ihnen den OER Canvas vorstellen und hoffen, wir können damit die Erstellung von offenen Bildungsressourcen etwas unterstützen. Wir haben versucht, die wesentlichen Eckpfeiler herauszuarbeiten und übersichtlich auf einem Blatt Papier darzustellen. Das gesamte Blatt steht natürlich zum freien Download und unter einer offenen Lizenz zur Verfügung. Also im Mittelpunkt steht natürlich die Lernressource an sich. Wir unterscheiden zuerst nach dem Typ, also welcher Art sollte das geplante Lernobjekt sein, ein Lehrbuch, eine Animation, ein Arbeitsplatz oder vielleicht ein ganzer Online-Kurs. Danach sollte die Zielgruppe definiert werden. Wen will man damit also erreichen und was sind denn die eigentlichen Lernziele? Vergessen darf man natürlich nicht, dass man eventuell Vorwissen voraussetzt. Im zweiten Schritt geht es dann um die Nutzung des Lernmaterials. Also wer soll dieses nutzen und für welches pädagogisches Setting ist es vorgesehen? Eventuell kann man auch ein Datum setzen, bis wann die freie Bildungsressource zur Verfügung stehen soll. Nun geht es um die Lizenz. Also welche Lizenz wird ausgewählt und wer oder was soll genannt werden im Falle der Bei-Attribution? Der vierte Abschnitt beschäftigt sich dann mit dem Format, in welchem das Lehrmaterial zur Verfügung gestellt wird und wo es letztendlich veröffentlicht werden soll. Danach geht es in die Organisation, wo wir bewusst wesentliche Milestones bei der Erstellung ansprechen. Braucht es Partner? Wie gestaltet sich die Qualitätssicherung? Wer macht das Layout? Gibt es Unterstützung bei der PR? Abschließend gibt es noch wichtige Aspekte, die wir selbst bei unseren Projekten immer wieder erfahren haben, die es gilt ebenfalls im Auge zu behalten. Manchmal weniger, manchmal mehr. Stützt man sich auf bereits vorhandene Materialien und ist dies mit den Lizenzen verträglich? Warum sollen Partner mitmachen? Gibt es Anreize wie zum Beispiel eine gemeinsame Autorinnenschaft? Wie gelingt die Verbreitung und Bekanntmachung von OEA? Wen sprechen sie an? Wo werden sie das Lernmaterial anbieten bzw. archivieren? Ein Punkt gilt natürlich den Partnerinnen. Was brauchen diese, um mitmachen zu können? Und zu guter Vorletzt natürlich auch die Kosten-Nutzen-Rechnung. Lohnt sich der Aufwand? Braucht man zusätzliche finanzielle Mittel? Nachdem man all dies überlegt hat, sind wir sicher, dass man gut vorbereitet in ein OEA-Projekt gehen kann. Wir wünschen daher gutes Gelingen. bên eines Tch Projekten Uhl. Ses wenn er drauf ist, sind wir sicher, dass wir die Lage sind. Was wäre 발라sticks? Vielen Dank.